Die Sendung wurde live untertitelt. Da, okay. Sieht nicht gut aus, ne? Da werden auch noch weit reinlaufen, gehe ich von aus. Habe ich das angehalten? Ne, oder? Doch. Okay, da ist auch, glaube ich, ein Held. Jetzt habe ich das hoch und runter gemacht. Ich glaube, da ist ein Held gestorben, ne? Und da kommt einer von unseren Leuten ohne irgendwas an, wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, zwei Helden kommen da. Okay. Was geht da jetzt? Hm, läuft gerade ein bisschen doof in meinen Augen, ne? Okay, die anderen haben es wohl nicht geprallt, dass da einer ist. Dann kommen weitere Helden. Aber da sind auch noch welche, oder einer ist da noch. Naja, da geht es rund. Erledigt. Hier der Sniperblade, der wird gar nicht angegriffen. Auch interessant. Immer ganz viel Kohle. Und jetzt, ah, der holt ihn, um da jemanden zu beerdigen. Da ist so noch eine Möglichkeit dann. Der Zauberkörper liegt da noch. So, wo geht der lang? Da. Abkürzung wäre hier lang, ne? Ach, da ist gar nicht die Treppe. Die Treppe wäre da. Wo ist denn die Treppe? Keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht wichtig. Drei Schweinchen auf ihn. Aber ihm geht es noch gut. Leicht verwundet. Und dann geht er aber. Was war das? Ich konnte es jetzt nicht lesen. Aber ist auch egal. Da kämpft schon der Nächste. Light wounded. Hauptsächlich verletzt. Oder was stand da? Ich weiß es nicht. Aber da kommen die nächsten zwei. Und die werden die beiden dann auch fertig machen. Sieht gut aus, ne? Und die Schweinchen sind tot brut. Und er ist jetzt dran, oder? Läuft er nicht so weit? Mal gucken. Doch, ne? Geht er hin? Oh, da sind noch mehr. Eine nach dem anderen. Ich glaube nicht ganz. Zwei. Aber das war schnell erledigt. So, dann ist der Raum auch schon fertig. Ne, da ist noch ein blauer Schleim. Ja, geht weg. Und was macht er? Er bleibt da. Ihm geht es auch noch gut. Geht aber jetzt auch zurück. Und weiter gucken. Hier unten noch was passiert. Nein. Da geht die Treppe hoch. Okay. Er marschiert gerade hier lang. Und hat sich dann überlegt, doch nicht weiter zu gehen. Da ist auch noch ein Gang. Okay. Jetzt geht er da ein. Hä, toll. Drei Steine freigelegt. Und dann geht er wieder zurück. Super. Hier unten war gerade einer. Okay. Der geht jetzt da gucken. Das kann es doch nicht sein, oder? Hat sie da jetzt einen Korps geholt? Oder könnte sein, ne? Knochen. Auch schön. 68. Irgendwo war da noch einer gestorben. Aber wir können mal gerade hier noch ein paar Klicks machen. Und die sich Sachen holen. Da passt alles. Da auch. Da sind es nur drei. Bei den Bergmännern, okay. Müssen jetzt auch nicht unbedingt mehr sein. Da noch einen anklicken. Die haben alles an. Und wie sieht es hier aus? Da fehlt es noch. Wunderbar. Läuft. Wo ging es weiter? Wo wurde gekämpft? Hier. Alles klar. Okay. Der Feuerkopf. Ist jetzt. Okay. Äh. Passiert gerade nix. Angreif. Okay. Fünf Spinnen. Toll. Ja, lassen wir weiterlaufen. Wie sieht es hier oben überhaupt aus? Haben wir gar nicht weiter geguckt, ne? Okay. Okay. Es wird immer noch gebaut. Es sind noch blaue Ecken da. Gut. Dann geht es da weiter. Lass machen. Wir gucken weiter unten. Sind wir hier richtig? Ja. Hier sind alle erledigt. Da oben geht es noch weiter. Ah, da laufen gerade welche. Dann gucken wir da besser zu. Auch schön. Der hat seinen Stab gewechselt, oder was? Der hat auch die Rüstung gewechselt. Okay. Hier hat sich einer jemanden geholt. Und jetzt aber geschafft. Oder der, weiß ich nicht. Der Erntehelfer, die steht hier unten rum. Ich weiß nicht, was die hier machen will. Okay. Hier ist auch nix passiert. Ja. Die kommen runter. Was macht diese Person jetzt? Holt sich wahrscheinlich hier irgendwas. Oder Knochen hochbringen. Oder das Messer holen. Na, das Schwert geholt. Okay. Mhm. Da wird hochgegangen. Aber wir können mal gerade hier nur Durchbruch machen. Und Ich glaube, da war ja auch nicht verkehrt. Vielleicht machen sie es. Dann geht es schneller, da rumzulaufen. Der Hahn kräht mit Tag. Gucken, was hier zu sehen ist noch. Okay, ein Schweinchen. 200. Ja, jetzt müsste noch ein Stück vorgehen. Dann sehen wir mehr, ne? Ah, da sind auch noch drei. Ja, jetzt schon verwandelt. Super. Und da wird angegriffen. Zweite ist auch kaputt. Und der dritte dürfte sich auch erledigt haben. Okay, da hinten wird irgendwo schon gegraben. Das ist super. Da geht es weiter, da geht es weiter. Macht das einer von den beiden? Nein, jetzt gehen sie wieder weg. So, der Durchbruch ist dann ja noch nicht gemacht. Ein Stein fehlt. Auch super. Da ist ein Held gekommen. Und die andere Stelle wird hier gegraben. Okay. Dauert. Natürlich dann ewig, bis die fertig sind. Ja, da müssten wir jetzt schon hier auch noch was ziehen, ne? Sonst bringt es das auch nicht so wirklich, da durchzugraben. Gut. Sehen wir dann. Ah, hier unten ist noch was. Und Gegner? Keiner. Aber zwei Gänge. Geht nicht weiter. Geht nicht rein. Dann sehen wir leider nicht mehr. Geht wieder zurück. Super. Und wieder weg. Oh, da wird einer nachgezogen. Okay. Wer ist da? Läuft dann da lang. Und ist dann da verschwunden. Da wurde gekämpft und das ist erledigt. Wunderbar. Hat geklappt, ne? Da ist niemand. Und da wurde ein bisschen weiter geguckt. Kann das sein? Und jetzt hier... Oh, da oben ist noch was los. Du bist falsch. Du musst da hin. Stehen beide hier in der Sackgasse. Auch toll. Gehen jetzt aber hier rüber, oder? Ist ja nicht verkehrt. Okay, der Erste, der ist gleich erledigt. Zweiter. Kriegt's jetzt. Okay, nicht weglaufen. Helfen. Ja. Und den Drinn nächsten bitte. Ja. Sieht gut aus. Beide mit Blitzen beschäftigt. Läuft. Raum geleert. Ohne Verluste. Es wäre schön, wenn noch einer hier gucken würde, was da so los ist. Aber das passiert wohl nicht. Jo. Okay. Ah, da geht's weiter. Da ist auch ein Schweinchen. Ja, das war's jetzt gesund. Jetzt kann auch ein bisschen vorgehen, dann können wir sehen, was da los ist. Oh, da ist viel los. Jetzt haut er gleich ab. So ist es. Okay. Erledigt. Erledigt. Zwei weniger. Ah, zum Glück wird nacheinander hier gearbeitet. Jetzt fehlt nur einer. Der läuft jetzt hier rum, macht das von der Seite. Ne, wetten? Erledigt. Krass. Erledigt. Und? Gut, dass er zurückgegangen ist. Oh, da ist auch noch was los. Okay. Da ist ein Halbkoblen, oder? Hauptkoblen, so heißen sie. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir mal nächste Folge hier weiter, wie die da unten kämpfen. Da kommt noch jemand ohne Hut. Keine Ahnung, vielleicht den Kopf nehmen da. Aber das ist eine Waffe, ne? Genau. Ja, müssen wir mal schauen, was diese Person jetzt gerade noch macht. Gucken wir gerade noch an. Läuft vielleicht ins Verderben, weiß ich nicht. Mal gucken. Wenn dann bis hierhin, würde ich sagen, oder? Ne, muss auch noch was? Doch, da. Hat sich aber für uns nichts gern an, ne? Können wir nicht mehr sehen. Wäre schön gewesen. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.